Im Namen Allah, Sallallahu al-Bam, Sallallahu al-Bam, Herzigen. Wir haben hier eine Botschaft, eine Videobotschaft für alle Menschen und für alle Mitbürger hier in München, Gladbach und Umgebung. Wie ihr vielleicht sicher mitbekommen habt, es wird ein Kind seit Freitag vermisst und es ist verschwunden. Man weiß nicht, wo das Kind ist. Der kleine Möko, der ist zehn Jahre alt, wurde auch in den Medien erwähnt. Ich habe auch mitbekommen, dass die Gladbacher Polizei mit mehreren Kräften das Kind suchen. Und wir wollten auch die Initiative ergreifen und euch auch damit mitteilen. Denn es kennen ja viele Leute auf unserem Channel und deutschlandweit. Und wir wollen euch auch sagen, falls ihr irgendwas von diesen kleinen Jungen hört, weil ich denke mir, seine Familie leidet darunter. Falls ihr irgendwas hört über den kleinen Jungen, ob ihr irgendwas gesehen habt, irgendwas Verdächtiges gesehen habt oder vielleicht den Jungen irgendwo gesehen habt, dass ihr die Polizei dann das meldet und die Polizei anruft und damit dieser kleine Jungen gefunden wird. Und jeder soll ein bisschen mitdenken. Es konnte ja das Kind von jedem sein. Und ich wollte nochmal den Eltern sagen, also allgemein alle Eltern hier in Gladbach und umgeben in ganz Deutschland, man sollte wirklich auf seine Kinder versuchen aufzupassen. Es muss nicht heißen, dass die Eltern schuld sind oder sowas dafür, aber man sollte wirklich versuchen aufzupassen. Nicht unbedingt irgendwo alleine lassen, durch Wälderstücke gehen lassen oder nachts rumlaufen lassen, ganz alleine, sodass die keinen bei sich haben. Man sollte immer Erziehungsberechtiger dabei sein. Es ist einfach besser und sicherer. Wir von Einladungen zum Paradies ergreifen, wie der Bruder gerade gesagt hat, die Initiative, dass wir alle Menschen aufrufen in unserer Umgebung, weil das ist nun mal hier direkt bei uns vor der Haustür sozusagen passiert, direkt im Umkreis, 20 Kilometer von uns. Das ist wie vor der eigenen Haustür und deswegen machen wir auch diesen Aufruf, weil der Junge könnte sich in jeder Straße von uns hier befinden. Und deswegen sagen wir auch zu unseren Mitgliedern, achtet auch darauf, schaut, ob ihr vielleicht diesen Jungen irgendwo seht und gibt das der Polizei dann wieder. Oder vielleicht hat jemand ihn gesehen, dass man dann anruft, denn letztendlich sind wir alle Familienväter oder die meisten von uns. Und es ist sehr schwer vorzustellen, wenn auf einmal das Kind aus der Familie entrissen wird. Und dann spielt eigentlich relativ die Religion, also die ist dann sekundär, die spielt dann weniger eine Rolle, weil das ist eine Herzensangelegenheit. Keinem Eltern wird das gefallen, keinem Elternteil, egal wo er herkommt, egal welche Herkunft er hat, wenn auf einmal das Kind entrissen wird. Und deswegen fühlen wir Muslime mit. Wir haben gesagt, dass wir gegen Unterdrückung allgemein sind. Wir wollen uns hier bei niemandem einschleimen, denn wir sind so allgemein eingestellt. Wir helfen auch demjenigen, der nicht unserem Glauben angehört. Wenn derjenige natürlich in dem Sinne im Recht ist, ihm wird Unrecht angetan, unterstützen wir auch diese Sache. Denn wir wünschen für alle Menschen das Beste. Und letztendlich rufen wir auch gleichzeitig die Menschen, wie auch immer, rufen wir die zur wahren Religion. Auch wenn dies in diesem Video auch sekundär ist für uns. Denn vielmehr haben wir wirklich das Video gemacht, um auf Mirko aufmerksam zu werden. Und wir wünschen, dass wenn man das Kind findet und dass das wieder zu seinen Eltern zurückkommt. Bis dahin verbleiben wir mit dem Friedensgruß für die ganzen gläubigen Menschen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.